Es geht flott weiter mit meiner Serie, heute geht's Folge 6. Auf was los geht, unbedingt Like und Abo dalassen und wir können eigentlich schon direkt starten. Mehr gibt's, hätte ich zu sagen. Kommt's aber zu uns. Hallo, komm. White Dead, oh mein Gott, der Arme, Alter. Ich hab ihn einfach komplett göttlich aus dem Ding raus gelasert. Da ist ne grüne iPhone. Blue Drop ist jetzt perfekt da. Ey, das war so nice, einfach so zwischendurch einfach mal kurz das Ablenk und ist ein Ding da gekommen. Das heißt so, ja. Für die Wartezeit. Kann man mal ganz entspannen, um die Wartezeit zu verkürzen. Zehn Sekunden später. Ja, wenn du willst. Irgendjemand ein Tick gerade so hoch. Lass blieven, lass blieven. Komm runter, lass blieven. Ah, er ist noch, er ist noch. Achso. Achtung, runter. Nein, Junge, was war's? Sorry, sorry. Oh, schön, 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 ich bliefe, ich bliefe, ich bliefe, ich bliefe fertig. Runter, 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 runter. Ja, ich bin da, ich muss heilen. Er ist on me, er ist on me, er ist on me. Ich muss heilen, ich muss heilen, er ist on me. Wo ist der Typ? Cracked. Knock. Ich bin auch knock. Ich muss heilen, ich muss heilen, sorry. Er ist da rechts. Der Typ ist aber auch, äh, weiß nicht, hast du denn gecracked irgendwie zufällig? Junge, es hat keine Stair gebaut. Einmal für Transitions, einmal für... Es geht auch jemand mit, oder? Bei mir ist jemand, ja. Der Sniper bekommen. Frechheit. Okay, ist er bei dir? Knock. Dead. Da ist jemand, der ist jemand. Er ist, er hat 34 Grad gekriegt. Komm. Was? Finish den Stent. Junge, ich ha... Ich ha... Junge. Er ist da oben, der Wall bei uns sollen vorheben. Doch, da vorne bei einem Haus, ja, damit. Also Main Building? Ja, es ist erst 50. Minus 50. Okay, der beim Brick, der da ein Brick gebaut hat. Knock. Das hier, Mann. Ja, ne, ich bin... Ich bin Pulse 6 mit Heal. Ich bin 30. Ich bin so... Ich hab 6 Minus 3D. Ich auch. Komm jetzt. Ich komm doch. Entschuldige, schnell mal kurz ab, ja. Steck ein. Steck ein. Steck ein. Steck ein. Steck ein. Ich chauffeure sie... Ich chauffeure sie direkt zum Fight. Also Vollgas einmischen. Aussteigen. Cracked. White. 24 White. Ja, der Gold hat Spaß. Pass auf. Er baust wo? Baust, baust unten. Ich baust unten ab. Mhm. Stump. Help on me. Er ist hier unten. Er ist echt nicht schlecht. Er ist hier unten in der Box. Er ist hier hinten und fühlt sich. Schön. Oh mein Gott, das war ein Cleaner. Dass ihr Spaß habt. Als Belohnung. Und ihr Sniper lasst auch haben. Man nennt mich auch Felix, den Großzügigen. Ja, hier hinten. Ja, hier hinten. Bei mir. Bei mir. Da vorne drinnen. Okay. Nein. Sind sie weg? Der ist geflogen. Ich flieg dem hinterher. Der eine ist Main Building. Der fliegt Main Building. Der fliegt Main Building. Der fliegt Main Building. Der ist One Shot. Der ist oben. Der ist oben. Im Haus. Der ist oben. Toilette irgendwo. Digga, wo haut der ab? Junge, das ist ein Problem, alter. So ein Knecht. Der ist oben. Gab das Dach drauf. Von der vorne sind auch noch welche? Ganz vorne. Da vorne. Also in der Scheune. In der Scheune. Okay, lass die fighten. Oh mein Gott. Hier hat jemand auch nicht gesmiped. Die sind da ganz hinten am Foll, die können wir ignorieren erstmal. Digga, von überall. Ah hier 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 Muss heilen Darf man Hilfe brauchen Brauchst du Hilfe ja oder nein? Hab ihn hab ihn alles gut Gegner kommen geflogen Gegner kommen geflogen Von wo? Irgendwo hinter uns Da Ich seh's Er hielt sich Er ist alleine Er ist alleine Er ist alleine Pushin Hat Hit Hat mehr Riff Richtig Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist er? Ich seh ihn nicht mehr Hier hier bei Tomatotown äh Turm Dings da Wer rennt denn schluss hier rum? Da läuft der Ah White 25 White 25 White Absolut One-Shot Voll One-Shot Gegner 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 Geh weg ich hab Autos bei mir Komm her 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 Das Endgame los Digga Das ist richtig wierd Ich bin am Start Wir müssen Wir müssen Moven by the way 50 White On uns On uns Jump it In der Luft We're Headshot We're Headshot Felix Mann das kannst du doch nicht bringen Du warst genauso gestanden Du warst einfach nur hinter mir gestanden Mehr nicht Äh Willst du vielleicht reviven? Was ist das jemand? Nein da ist ein Gegner Nachdem ich Headshot snapped worden bin ist dann Markus leider auch gestorben Aber ihr wisst Bescheid immer schon die Confidence behalten und ab in die nächste Runde We're Dead Bist du Support? Beim ist jemand? Wie das? Ja bei mir Ja Ist bei dir jemand? Ja Proponenten Noch Nice Ich versuche von hinten zu kommen So ein bisschen Ja hier ist noch jemand? Ich weiß Er ist hier hinten im Bus irgendwo Ist er bei dir? Er ist bei dir Dead Junge Ich wollte den so pickaxen Ich hab ihn so von hinten geholt Das ist wirklich ekelhaft Meine Mutter hat gesagt Ich hab schon gezocken angefangen Ich muss sagen dir noch Ich soll jetzt irgendwelche Wäsche aufhängen Digga Nee Ich zocke jetzt Das verstehe ich auch nicht Ja Hätt ich einfach gleich sagen sollen Wenn ich hier sitze Ja mach ich keine Wäsche aufhängen mehr Vorne Wir überfahren ihn Er ist gesplieft Von hinten Über den Laserklassiert Er ist One shot Schön Und mich Schön Fuck Ist da Wo ist du komm Ist ein bisschen Wunderbüß Ja ich kann nicht Da ist ne blaue Farmsie Will ich so gern nicht Ich hab grad erstmal mitnimmt Bei DFA von einem anderen Typ angenommen Und übrigens Der neue Typ ist unser neuer Mate Das heißt es werden jetzt öfters Trio Arena Trio Cup Videos kommen Ich freu mich schon sehr drauf Und ihr hoffentlich auch wenn ihr es auch sehen wollt Da ist ein Abo da Ganz einfach Und wenn ihr noch was anderes von mir sehen wollt Könnt ihr das hier irgendwo oben im Bild links rechts wo auch immer tun Und natürlich auch da auf abonnieren klicken ist auch hier irgendwo eingeblendet Tschüss bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal